guten morgen rot kriegen wir den geschubst das ist genau so in der art wie haben wir die weide schön fertig haben wir toll hingekriegt gut gemacht donnerstag 22 februar das ist mehr als nahtlos jetzt gerade weil ich bin gerade reingekommen ende vom letzten video und kopiere noch schnell die dateien von jens kamera auf dem rechner und dann schiebe ich das gleich zumindest schon mal schneiden werde ich jetzt nicht schaffen aber das muss irgendwie heute ja auch noch fertig weil das soll ja heute online gehen ich habe nachher noch einen termin in rutenburg deshalb ja alles so ein bisschen zwischentür und angel aber irgendwie kriegen wir schon fertig dann muss ja später ja 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ab nach Hause um das noch mal eben zu Ende zu bringen ich versuche mich gerade zu für euch war es ja vor einer Sekunde für mich ist das eine Stunde her um das noch zu Ende zu bringen oder zu ergänzen das sollte jetzt kein Gejammer sein ach wie scheiße und funktioniert alles nicht da muss man sich halt anpassen wir kommen zurecht wir haben halt unsere Lösungsideen im Kopf und wie wir das umsetzen das werdet ihr dann demnächst dann hatte ich ja auch schon gesagt dann ja auch zu hören bekommen erzähle ich dann gerne aber das nur schon mal für euch als kleine Hintergrundinformation warum wir ein, zwei, drei Dinge nochmal wieder ändern werden weil wir es ändern müssen weil wir wollen nicht die Schüssel rumdrehen das ist nicht das wo wir Bock drauf haben gut zu dem Thema aber wie gesagt ein anderes Mal mehr jetzt geht es nach Hause Jens ist, bin mir nicht so hundertprozentig sicher ich glaube er ist hinten auch wo weiter noch entgangen der Vatern ist heute Morgen eben losgefahren wir hatten unsere eine Beregnungspumpe zur Reparatur da war die war die komplette Pumpe Schrott also wir hatten das erst versucht das abzudichten aber keine Saugleistung ich glaube das hatte ich auch einmal mal kurz gezeigt da waren wir ja noch einmal da mit zum Brunnen gefahren um zu sehen ob die saugt da ging ja nichts so und die hatten wir dann zum als wir die Beregungsrohre geholt haben haben wir die Pumpe gleich mitgenommen und da abgeladen dass sie die dann irgendwann über den Winter fertig machen die war jetzt tatsächlich auch schon fertig Rechnung ist auch schon da gewesen und bezahlt und da hatte ich dann kurzzeitig gedacht ja komm dann vielleicht muss das Ding weg und einmal neu da habe ich ein Angebot bekommen für eine neue und da habe ich dann gesagt äh nein so weit weg von gut und böse das ist schon nicht mehr feierlich gewesen da haben wir halt die Reparatur die auch nicht billig war das waren jetzt ich glaube 4,7 oder so das ist schon echt krass aber er sagte auch er würde die auch nicht in Zahlung nehmen also weil gibt es keinen Markt für ich hätte sie natürlich selber irgendwie bei Ebay Kleinerzeigen oder so reinsetzen können keine Ahnung was ich da für eine Funktion sie hat ja nicht mal funktioniert das war ja das Problem also da hätte es wahrscheinlich keine 2.000 Euro für gegeben und die neue kostet über 30.000 also die eine die dann vielleicht auch Sinn ergeben hätte das zu tun und da haben wir gesagt nee das lassen wir jetzt erstmal sein das ist ja sowieso nur für die 2 wichtigen Brunnen sag ich mal also wir haben ja unseren Hauptberegnungsbrunnen über Strom laufen und aus dem Grunde also wäre das jetzt die Hauptpumpe dann wäre es auch noch was anderes dann hätte man es wohl machen müssen aber so ne ist mir das zu krass ja dann muss die Pumpe jetzt noch ein bisschen weiter schaffen also die Pumpe selber ist jetzt komplett neu äh der Motor der hat seinen Ölwechsel immer bekommen und so da muss man vielleicht nochmal einmal in den nächsten 2 Jahren nochmal gucken dass der vielleicht nochmal abgedichtet wird ähm aber da sollte eigentlich nichts weiter dran passieren hoffe ich zumindest toi 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 ähm so dass die dann weiter laufen kann wir werden es nachher sehen ähm wenn Pferd zurück ist das ist auch ein Moment mit dem Träger dahin zu jubeln die muss ja auf den Anhänger rauf die kann man nicht auf Achse fahren so weit das ist scheiße ich verschwinde jetzt gleich noch ins Büro ins Büro vielleicht kriege ich jetzt hoffe ich ähm noch schnell das Video fertig geschnitten ähm das wir Mittag machen ähm und dann geht es draußen weiter ja zumindest der Plan bis gleich ja hier am Zaun bin ich jetzt einmal rum mit den Baustallmatten jetzt noch alles festbinden ähm gleich mal dicken Draht holen Schrauben Unterlegscheiben und sowas alles und dann mal gucken wie das am besten funktioniert ja die Tür auch nochmal machen die muss noch ein bisschen höher und dann können die da auch nicht mal rüber hüppen und dann soll das so funktionieren hoffen wir es mal mein scheiß Windpuschel verabschiedet sich hier auch von der Kamera das kannst du alles vergessen taucht nix hilft doch irgendwie gar nicht ich kann ja auch abmachen ich würde es euch zeigen aber es geht gerade nicht ähm ich wollte euch gerade einen verkehrt erzählen nein ich wollte erzählen dass da hinten steht ja der die Grimme Maschine da kommt in der nächsten halben Stunde irgendwann JBB vorbei den kennt ihr schon ähm der war neulich letztes Mal als sie die äh zusätzliche Walze eingebaut haben war der auch schon mal hier und da muss irgendwie noch irgendwas mit dem Blech ich hab das ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt aber wir fragen ihn nachher wenn er da ist der kommt auch quasi in der Mittagszeit also da warte ich jetzt drauf und eben gerade klingelte noch das Telefon da will der Zimmermann eben kurz gucken kommen wo das Gerüst genau hin soll dann besprechen wir das jetzt auch nochmal eben für die PV da ne ihr wisst aus dem letzten Video so da ist die Pumpe auch wieder zu Hause Mittag ist durch Jens ist da glaube ich da hinten schon wieder zu gang und ich werde gleich erstmal eben die Hackgritze in der Heizung auffüllen wenn man wieder Zeit machen wir eben kurz mit Jens schnacken so nochmal eben schnell die alten Blütenstände abschnippeln ich bin schon fast ein bisschen spät aber das passt glaube ich noch in der Zeit der ist fertig ach da ist noch einer der kommt dann noch weg vor dem Laden die beiden habe ich auch schon gemacht die sind auch fertig und der muss jetzt noch und dann haben wir es computer Dauer 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 also Das war's für heute. mit Johann Buschzeug holen. Ich habe mich am Arbeiter zuhause weg geholt. Ich habe nachher schon noch da hinten am Ziegengehege weiter. Aber jetzt wird das erst mal eben gemacht. Das dauert ja auch nicht lange, ob das geht mit dem Ziegengehege. Darauf können die ja leider noch nicht. Das ist alles noch zu nass. Die machen sich ihre ganzen Hufen kaputt. Oder auch Füße, Kreik, was auch immer. Egal. Hauptsache laufen. Fußnägel. Naja. Jetzt wollen wir wieder Wärme holen. Egal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 wenn nicht gucken wir dann montag auch noch mal wieder hin jetzt wollte ich ja noch ein tor brauchen wir noch und wahrscheinlich noch eine raufe das hatte ich auch schon mal erwähnt und dann kann das dahinten ja dann können die ja nicht raus ja das wollte ich nur gezeigt haben hier habe ich sonst noch was vergessen ich glaube nicht und die jungs sind mit mist fahren auch nicht fertig geworden man haben sie schon so eine schöne mulde ist befahrbar und die fahren nicht fertig kann es nicht glauben guten morgen rot montag 26 februar schön 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 ja leute ja scheiße da ist die metalplatte ab hält nicht mehr da hält es noch so ich will jetzt ich habe ein handtuch dabei ich will aber nicht mit per anhalter durch die galaxis sondern physio und da fällt mir gerade ein wo ich im autowagensatz jemand hatte korrekt bemerkt dass die wohlgemerkt gelbe motorkontrollleuchte leuchtet also ich muss unbedingt noch einen termin machen in der werkstatt ich habe so den leisen verdacht dass da irgendwie so ein kleiner haar ist oder irgendwie so ein scheiß weil wenn der wagen kalt ist dann riecht das auch hier drin so leicht nach abgasen wer da jetzt genau bescheid weiß kann das auch gerne in die kommentare schreiben es sind ja doch einige kfz experten hier unterwegs die hier gucken warum stehen denn die gelben tonnen schon wieder an der straße warum steht unsere nicht an der straße wieso steht hier ach nie das sind die alten die abgeholt werden habe ich nicht ich habe eine große ich war bis eben mal wieder im büro zugang und das ist auch keine ausrede das erzähle ich ja im moment gefühlt jeden tag auch in den letzten blogs das hat aber alles seine gründe ist es erstmal ist das bürozeit viel aufarbeiten und vor allem aber auch in meinem fall jetzt viel vorarbeiten vorarbeiten und ich bin noch nicht mal bei ich bin ja noch nicht mal beim acker angekommen das muss ich auch noch alles machen aktuell noch andere dinge die uns umtreiben und die geplant werden wollen und davon will wird man im laufe dieses jahres hier in den videos sicherlich auch das eine oder andere sehen ich kann da kann und will da jetzt noch nichts zu sagen aber könnte spannend werden dieses jahr mal wieder wird ja immer spannend es wäre ja auch langweilig wenn es nicht spannend wäre aber glaube ich könnte euch auch interessieren so jetzt aber erstmal zur physio einmal einmal reparieren lassen das wird euch zeit so unterwegs johannischen vorweg gefiegt mit dem 718 frontlader wollen wir jetzt die eigene strohbein einmal anheben und die strohbein da raus machen damit man die dann auch umfeld verteilen kann unter pflügen die strohbein haben wir schon da raus sonst macht das alles keine renne das bleibt mir da an wenn die gerätschopfen hängen das ist nicht schön johann fährt er wieder durchs wasser ich mache den weg außen rum fahre ich mit dem bus hier nicht durch ich kann ihn gleich anrufen und lasse füße über dem anhängen vor mir das muss ich sein heute morgen werden wir noch einmal Busch holen Wagen voll ein bisschen Wege freischneiden freigeschnitten nix spektakuläres der Moment aber es sind immer Sachen die auch gemacht werden müssen zwischendurch dann wieder auf der Weide neue das Tor ein bisschen umgebaut für die Ziegen und sowas hatte es und das Ziegenjäger ist natürlich schon gesehen kleinigkeiten die noch gemacht werden mussten und mussten noch aber es ist auch bald fertig und wir können ja auch bald mal raus wenn das Wetter mitspäht das muss erstmal trocken bleiben klein ist noch nass ja die sind nicht mehr zu gebrauchen soweit die werden alle mit mit Miststreuer einmal mit verteilt naja Naturdünger da hinten kommt Johann da hinten ist noch zunehmend da hinten sagt Falte Das war's für heute. Das war's für heute. Das Video gleich. Donnerstag, 29. Februar, der letzte Februartag. Ich habe mich zwangsweise die letzten Tage ein bisschen zurückgehalten. Ich habe mir einen Nähfein geklemmt. Wen es interessiert C7. Total spannend. Der ganze linke Arm, der ganze linke Flügel will nicht mehr mit einem Arm fliegen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber es wird langsam. Nicht geil, aber es wird. Zwischenzeitlich habe ich meine neue Brille abgeholt. Und ansonsten habe ich die ganze Zeit immer nur durchgehend Büroarbeit erledigt. Also ein bisschen Pakete gepackt. Und ansonsten Büro, Büro, Büro. Hatte ich ja schon erwähnt. Heute haben wir einen Hacker da. Der ist gerade gekommen, hat gerade aufgestellt und fängt jetzt in diesem Moment gerade an zu hacken. Gucken wir gleich eben ran. Hackschnitzel. Ich bin gerade noch dabei zu klären, wie und wo und wann wir das trocknen können. Aber erstmal hacken. Wir nehmen jetzt auf die Akkuleiner rauf. Dann werden wir den LKW wohl noch eben mit voll machen. Und dann mal sehen, dass wir das irgendwie trocken kriegen. Aber wir laufen jetzt mal im Wind. Also bis gleich. Das geht flott. Das schafft was weg. Jetzt aber der Hacker ist da. Gehäckselt. Ach toll. Alle auf Quagen rauf. Zwei Akkuleiner. Den LKW machen wir auch mit voll. Mal gucken, wie viel Platz wir brauchen. Ob alles rauf geht. Mal schauen. Und jetzt ist der große Haufen auch wieder weg. Ich denke, dass wir noch eine Miete daraus machen müssen. Wir müssen noch einen Planer rüberziehen. Mal gucken. Mal gucken! Mal gucken! Mal gucken! Mal gucken! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hält sie nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja Ui, moinsen! Samstag, 2. März, fangen jetzt eben die Schlepper aus der Halle raus und dann die erste Palette mit den Photovoltaik-Modulen nach vorne. Mit den Schienen sind sie so gut wie durch und dann kommen gleich die ersten Module aufs Dach. Pikfeine Sache. Ich bin gespannt, wie weit sie heute kommen damit. Ich kann das nicht einschätzen. Also mit den Schienen sind das jetzt 4, 6 Stunden ungefähr. Ja, 6 bis 7 Stunden haben sie gebraucht, um die Schienen alle zu montieren. Mal schauen. Aber es geht auf jeden Fall voran. So, 7, 16 raus, 8, 18 raus und dann mit dem Stapler Module holen. Mal schauen. 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 Das war's für heute. Ich bin jetzt gleich erstmal nochmal wieder gucken, noch eine Palette Module hinfahren, zwischendurch setze ich im Büro und schneide genau dieses Video, aber wir haben jetzt gerade mal eben eine Kaffeepause gemacht, Taritreha, der Jens ist da, hat sich einen Kaffee geschnurrt und da bietet sich das ja an, dass wir auch nochmal eben schnell süß sagen können für dieses Video, ist ja toll, also machen wir kurz, danke, bis zum nächsten Mal, Reinhard, für sich, aber Abo dürfen sie trotzdem machen, Abo könnt ihr trotzdem, und Daumen dürft ihr auch gerne kommentieren, auch gerne und sowas alles, aber da seht ihr erst im nächsten Video, haha, irgendwas ist immer.